Mein Name ist Kira Weisbach. Ich leite die Märkte in München wie auch den Großmarkt in München und habe heute die große Ehre, hier unseren neu eröffneten Wochenmarkt in Neuperlach die Händlerinnen und Kundinnen und Händler und Kunden zu begrüßen. Die Eröffnung hat vor vier Wochen stattgefunden und wir haben jetzt hier wieder den Wochenmarkt am alten ursprünglichen Standort im Jahr 2018 sind hier die Händler umgezogen zum Theodor Heussplatz, also fast fünf Jahre und können jetzt heute wieder hier ihrem Handel, ihren Geschäften nachgehen. Wir haben schon viel Feedback seitens der Händlerinnen und Händler, als dass der Markt sehr sehr gut angenommen wird. Ein bisschen mehr Werbung braucht es noch, aber wir haben einen guten Zugang zu den Einzelhändlern. Es ist alles mit viel Laufkundschaft, Stammkundschaft, haben wir eine große Hoffnung, dass es hier sehr sehr gut laufen wird mit sehr sehr angenehmen Händlern. Wir haben hier alles von Bäckerei, Obst, Gemüse, Fleisch, Imbiss, wenn ich mich so umschaue, Grillhändl kann ich kaufen, Metzgerei. Insofern ist hier alles da, insofern ist jeder eingeladen hier einzukaufen. Obst, Gemüse regional, saisonal, frisch und mit sehr sehr positiv und fröhlich gestimmten Händlerinnen und Händler. Hintergrund ist hier einfach Spaß. Ich gebe auch eine große Herausforderung, die ich auf die Montag er Hertie, in der Herbreitung, in der Hand habe ich die Grecke, in der Herbreitung des Händler. Ein paar Beispiele, die ich troche, habe ich mich so umschaue. So für das, was ich nicht. So für das, was ich es heute gibt und ich mich so umschaue. So einen Blick auf die Tür zu sagen, Aber ich mache mich so umschaue.